Hallo Leute, ich bin Nu und heute haben wir Belveny Nummer 4. Ja, heute Belveny Nummer 4. Wir bleiben immer noch beim Single Barrel, aber diesmal haben wir einen Sherry Cask. 15 Jahre, 47,8%. Und da freue ich mich jetzt natürlich schon wieder ganz doll drauf, weil, im Vergleich zu gestern, der Hammer, sage ich euch, farblich auf jeden Fall schon mal wow. Und ich erwarte jetzt natürlich auch ein bisschen was davon. Ich hatte jetzt die letzten zwei Waren Ex-Burbon Cask. Die waren nett, lecker, aber ja, nett. Eben. Die TAN 1509, der allererste, war auch im Sherry Butt mit. Nochmal Farbvergleich, ne? Ist sich ähnlich. Der erste hat mir sehr gefallen. Da hat mir unter Breitzeug ein bisschen wehgetan. So, heute wieder Sherry Butt. Oh. Ich glaube, ich werde noch zum Sherry-Fan. Was richtet ihr nur mit mir an? Oh ja. Ich glaube, ich werde wirklich zum Sherry-Fan. Also, das ist wirklich... Ich habe das ja schon beschrieben mit diesem historischen Geruch. Es ist einfach... Der hier auch, der macht sich sofort breit. Der ist so pompös, so barock, ne? Ich komme aus Dresden. Wer es nicht kennt, die Stadt, googelt mal Dresden. Es ist wirklich... Wir haben eine sehr barocke Stadt. Unsere Altstadt ist so pompös. Und natürlich identifiziert man sich dann auch entsprechend mit der Geschichte. Ich bin hier nie weggezogen. Ich werde hier auch nie wegziehen. Und es ist einfach... Man lebt das dann auch so emotional so ein bisschen. Und wenn man dann in die Museen geht und diese ganze Kultur auch so ein bisschen mitbekommt, das ist super, super schön. Und da passt so ein Sherry einfach... So ein Sherry-Finish oder Lagerung einfach super dazu, ne? Dann kommt auch hinzu, ich stehe total auf Historien-Filme und Geschichte interessiert mich auch so ein kleines bisschen. Und wir sind auch, wie ihr vielleicht aus den anderen Aufnahmen, die ich, wenn ich nicht vor meinem Regal hier sitze, mache, wie ihr das vielleicht kennt, wir sind auch so ein bisschen in die Richtung eingerichtet. Und ja, da passt der Sherry einfach super dazu. Macht mich happy, glücklich. Da fühle ich mich wie zu Hause. Sehr, sehr intensiv, sehr breit, sehr holzig auch. Sehr dunkel. Ach, das fühlt sich richtig an, als würde ich an so einem Fass riechen. Ne, das ist... Der ist wirklich sehr, auch herb, sehr dunkel. Kaum süße dabei, wirklich ein sehr erwachsener, sehr reifer Whisky. Ja, das ist ja eigentlich, habe ich das gesagt? 15 Jahre. Also auch ein... Ja, kann man machen. Auch wenn ich immer sehr dafür plädiere, dass Alter beim Whisky keine Rolle spielt, weil Alter ist einfach so ein... Alter ist nur eine Zahl, das ist wie ein wahren Leben, ne? Es kommt auf den Geschmack am Ende an. Aber ich bin noch recht jung und dann sich immer so, einfach mal vorzustellen, vor 15 Jahren hat das jemand hergestellt. Wie alt war ich vor 15 Jahren? Da wusste ich noch nicht mal, was Whisky ist, so nach dem Motto. Und das beeindruckt mich dann trotzdem auch immer noch, wenn ich einen alten Whisky in der Hand habe. Teilweise kann ich ganz locker und flockig noch Whiskys trinken, die älter sind als ich. Und also es ist... Nur weil ich Nasabfüllungen gut heiße, bedeutet das nicht, dass ich keinen Respekt vor dem Alter von Whisky habe. Und also 10 Jahre, 12 Jahre, das ist noch so, ja, Standard halt. Aber so ab 15 Jahre aufwärts kommt dann schon so ein bisschen Herzflattern und Respekt einfach mit dazu. Das ist am Anfang schön, kommt so ein ganz kleines bisschen doch eine Süße durch, eine Frucht. Aber was sehr mild ist, sehr angenehm ist, dann wird der sehr holzig. Da kommt so richtig angerollt. Ich habe das ja oft bei den Peated Whiskys, dass der Rauch so angerollt kommt. Und hier kommt so das Holz angerollt, so als würde das Fass auf dich zurollen und dich über den Haufen werfen. Und so ist der auch. Der rollt an, wird holzig. Wird sehr holzig. So fast, dass ich sage, aber wirklich nur so ganz, ganz, ganz kurz davor. Und dann wird er sehr angenehm. Dann kommt so ein kleines bisschen mit der Honig dazu. Er ist nicht ganz so historisch, wie ich es jetzt erwartet hätte. Ja, wohl doch. Ja, so im Mittelteil wird er dann doch auch breit wieder pompös. Ich nenne es jetzt einfach pompös. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Ja, er ist einfach so, wenn ich ihn beschreiben müsste, so er breitet sich aus, er rollt durch den Mund, er ist weich, er ist sanft, er ist ölig. Er verteilt sich in jede Pore deiner Haut. Er bleibt sehr, sehr lange. Also die anderen beiden, die ich jetzt zuletzt hatte, waren ja relativ schnell wieder weg. Der hier bleibt schön lange, aber trotzdem angenehm. Ja, vier von vier Punkten für den Geschmack auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr lecker. Ja, 100 Euro sind natürlich wieder mal nicht so ganz meine Preiskategorie, aber hier würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, ja, drei von vier Punkten auch für das Preis-Leistungsverhältnis ein. Auch weil es natürlich nicht meine Preiskategorie ist, damit, ja, leider, ne, wird das ein gut gehütetes Sample immer im Schrank bleiben, was auch leider kein anderer trinken darf. Aber super, super, super leckerer Whisky. Also das Singleberry Sherry Cask kann ich nur empfehlen. 15 Jahre alt, super, super lecker. Ich freue mich auf morgen zu Sample Nummer 5 und bis dahin Slange. Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social Media Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin Slangeva! Bis dahin Slangeva!